Die Situation in Belarus ist schon so kritisch, dass die Alarmstufe rot ist. Und ich denke, heute ist es Zeit, wie gesagt, nicht zu sprechen, es ist Zeit zu schreien. Während wir heute mit Ihnen diesen Film sehen, werden über 460 Menschen im Gefängnis entweder gefoltert oder sogar umgebracht. Und das ist eine Stunde Flugzeit entfernt aus Berlin. Wie nah und wie weit es ist gleichzeitig. Ich möchte euch bitten, ein paar Sekunden diese Bilder einfach ganz hoch zu heben und ein paar Sekunden über diese Menschen zu denken. Diese Menschen sind gerade im Gefängnis dafür, dass sie ihre freie Meinung einfach äußern wollten. Und ich glaube, es wäre wichtig, wenn diese Leute heute mit uns diesen Film sehen. Vielen, vielen Dank. Живей, Belarus! U portefein, Belarus! Applaus !!!! Applaus 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 Vielen Dank.